Das ist Günther. Das ist Günthers Laptop. Es ist ein einziges Chaos. Multitasking unmöglich. Er braucht einen externen Monitor. Günther überlegt und überlegt, wo findet er nur den perfekten Monitor, der nicht nur stylisch aussieht, sondern sich auch unkompliziert anschließen lässt. Da hat Günther eine Idee. Er schaltet im Internet eine Annonce, um den perfekten Partner für ihn zu finden. Schon nach kurzer Zeit trifft sich Günthers Laptop mit den ersten potenziellen Partnern. Der erste Monitor ist zu groß. Der zweite zu hoch. Und der dritte einfach zu alt. Kurz vor dem Verzweifeln trifft Günthers einsamer Laptop den LabFit. Und der ist einfach perfekt. Schritt 1. Anschließen. Schritt 2. Es gibt keinen Schritt 2. Der neue LabFit von Samsung. Verwandelt Chaos in Ordnung. In einem einfachen Schritt. Das ist Günther. Und das ist Günthers Laptop. Beide sind sehr glücklich mit dem LabFit. Laptop mit LabFit.